So, sorry, ich musste ganz kurz, ähm, abbrechen. Ah, nein, 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 nein. Ach, das wollen wir nicht sehen. Ähm, ich wollte eigentlich bloß kurz pausieren, musste dann aber doch beenden. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr im Level, aber jetzt wieder. Und, ähm, ja, uh, es ruckelt schon wieder. Fragt mich, wie gesagt, nicht warum. Ich habe keine Ahnung, warum, die, das war doof, warum dieses Spiel momentan so leckt. Und ja, wie ihr meine Laune erkennen könnt, eventuell, ähm, war die Pause, die ich machen musste, etwas länger. Denn ich bin wieder entnervt. Die Frage ist nur wieder, wie lang. Ich finde es immer so cool, wie das Spiel so Stimmungsschwankungen so von an einem Tag total angepisst, äh, gut drauf, endet mit total angepisst und dann... Nein, das war zu früh. Ähm, und dann nochmal. Ich finde es immer cool, wie das Spiel so Stimmungsschwankungen hervorruft. So von zuerst gut gelaunt, dann weniger, dann voll angepisst, dann Pause, am nächsten Tag wieder super gelaunt. Na gut, bei super gelaunt würde ich jetzt nicht sagen. Aber, ich bin gewillt, das Spiel noch durchzuspielen. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Also wenn ihr irgendwann mal... 15, 50 Parts weniger seht, weil ich die einfach dann gelöscht habe, dann ist ja, okay, ich hab... Oh, okay, das ist schon mal gut. Das ist die Frage, der wird jetzt wahrscheinlich... Oh, das ist fies. Ah, okay. Was? Bitte? Ach, das muss ich auch noch schnell machen. Oh, super. Oh, jetzt war ich so gut und war da endlich durch. Und jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. Weil das andere auf Zeit gemacht werden muss. Ah, das ist klasse. Okay. Auch das werden wir jetzt hinkriegen, da ich jetzt weiß, wie es geht. Und wie gesagt, wieder hochmotiviert bin. Och, das war eine super, super Aktion. Wah. Und auch das war super. Fabulös. Bravo. Ne, bravourös. Wah. Das war saudo. Okay. Gut. Fick dich. Nein, nein. Red Squid. What the fuck. Boom. Wow. Ey, das war mal richtig, richtig fett knapp. Fett, fett, fett. Fett, fett. Okay, das Spiel hat gerade ziemlich geruckelt. Das ist böse. Das hat am Anfang nicht geruckelt. Ich weiß nicht, warum es jetzt ruckelt. Wow. Haha. Okay. Oh, nein. Nein. Oh, ich hab... Oh, das zählt als Gewinn. Oh, ich bin gestorben. Alter. Jetzt tut mir ja schon irgendwie ein bisschen leid. Oder auch nicht. Was kommt jetzt? Okay, ich hab keine Ahnung, was das... Ich muss mit dir aufrücken. Flüchten? Hä? Okay. Ich hab keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Nämt, das war blöd. Okay. Ah, okay. Also es funktioniert. Wahrscheinlich ist das wie in dem einen Level wieder... ...was total Simples. Wo eigentlich total easy geht. Na, komm schon. Aber ich raff's natürlich wieder nicht. Warum springt der nicht? Keine Angst, das krieg ich hin. Oder auch nicht. Aber wir sind schon mal... Na! Drüben. Wie mies das ist, dass ich, wenn ich jetzt sterbe... ...zwei in den Tod... ...mit in den Tod reiße. Na! Hopp! Ha! Wow! Okay, da bin ich durch. Nein, das geht bis nach hinten. Hätte ich mir denken können. Ah! Und hopp! Und... Na, komm! Ich springe rum! Warum? Ist gar kein Problem. Problem. Okay, das war zu stark. Ich weiß jetzt nicht, was er da für... Geht doch. Was er da für ein Problem hat, aber... Da durch... Jetzt muss ich gucken, ich muss... Nein! Da runter. Glaube ich. Ach, Team hat nicht geguckt. Oh nein, das war blöd. Okay. Leute... Das ist das letzte Level, hoffe ich. Ich hoffe, wir haben es danach durch. Dieses... Drecks Spiel! Okay. Hab gerade meine Coolness kurzzeitig verloren. Bin jetzt wieder voll da. Wow, das war knapp. Und... Durch. Und... Da! Ah! Oh! Okay. Und ich will immer noch da runter. Hehehe. Woher kommt das ganze Zeug her? Und warum gibt es hier keinen Checkpoint? Warum? Ich brauche unbedingt Safe States in diesem Spiel. Die Petition Safe States für Super Meat Boy läuft immer noch übrigens. Könnt ihr euch noch eintragen. Ah! Hopp. Und... Rüber. Ja. Zack. Bis hierhin ist er kein Problem. Da durchkriege ich auch noch hin. Und darunter... Normalerweise auch. Nein! Na. Na komm. Nein! Okay. Dann halt nicht. Nein! Langweil. Boring. Wow! Das war knapp. Na. Wow! Auch das war sehr knapp. Oh! Und das war saublöd! Ich hatte für eine Sekunde schon wieder... Ich dachte gerade... Hä? Bin ich denn nicht gestorben? Aber hier ist eine Band davor. Oh! Nein! Okay. Das Level ist nicht schwer. Aber ich brauche wieder ewig lang dafür. Und wenn ich immer so blöde Fehler mache. Immer und immer wieder. Okay. Okay. Ich glaube, mein Let's Play guckt man sich auch nicht an, weil ich gut spiele. Sondern einfach nur, weil man nicht verlieren sehen will und Verzweiflung. Verzweiflung, Trauer. Geht er jetzt durch. Du dämlicher. Fleischklumpen. Fleischklumpen. So. Dadurch. Wow! Das war zu weit. Zu gut von dem... Na! Ich kriege das noch hin. Oder auch nicht. Also ihr könnt jetzt abspringen. Äh... Ausmachen. Ich füge jetzt hier einen Link ein. In Sequenz abspringen. Gucke ich mir noch an. Alles andere wird jetzt wahrscheinlich uninteressant. Das geht jetzt nur eine halbe Stunde so. Boah. Skilo! Ha! Ha! Juhu! Okay. Okay, das ist schon mal gut. Boah, ey. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ich wäre doch bloß in die Mitte gesprungen. Das hätte jetzt so schön werden können. Oh, und jetzt vergeige ich es wieder auf ganzer Linie. Ich habe einmal so einen Lichtmoment, wo ich fast durchkomme. Und dann wieder die nächste Viertelstunde wieder so total abgespasste, ey. Wo ich einfach nur alles rot färbe. Mit dem Blut und dem Fleisch von Meat Boy. Und jetzt auch noch zuklebe mit Pastrami-Girls Bandages. Oh, wo war da. Hopp. Und. Nein! Oh, warum springe ich? Spasti! Wie gesagt, ich bin wieder am Unschfasten. Das ist furchtbar. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich hatte schon Probleme, durch das Level überhaupt durchzukommen. Jetzt durch das Level wieder zurückzukommen. Könnte eben noch schwieriger werden. Da bin ich auch noch nicht kaputt gegangen. War ich den Hinweg leichter fand? Äh, schwerer fand. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es leichter oder schwerer fand. Ich wünschte, das Spiel wäre einfach an der Stelle zu Ende gewesen. Aber nein, das Spiel hasst mich. Natürlich wie die Pest. Und auch jeden anderen Spieler. Egal wie gut er ist. Das Spiel hasst einfach jeden. Deswegen ist es auch so scheiße, unfair. Und fies. Und sagt, nö, nö. Du hast jetzt zwar ewig lang gespielt. Du hast den letzten... Alter, leck mich doch. Den letzten Boss besiegt. Aber. Nö. Du darfst... Alter. Du darfst jetzt noch nicht ausmachen. Du kannst du nicht... Du darfst noch nicht sagen, äh, behaupten, du hättest das Spiel durch. Weil es gibt ja hier... Du musst doch das Level jetzt durch... Zurück, komplett zurück. Und wenn ich gut drauf bin, dann mach ich... Alter, geht da jetzt rum, Mann! Dann geb ich dir danach noch mal ein schwereres Level. Weil ich dann... Weil ich immer noch nicht will, dass du es durchspielst. Ich weiß nicht, was danach noch alles kommt. Ich kann mir gut... Alter, willst du mich jetzt am Arsch mal lecken? Kundesbarometer fällt. Alter, ich werde doch jetzt durchkommen. Warum ruckelt das? Oder ist das vom Spiel jetzt so beabsichtigt, dass das so zuckelt? Ey, ich komme jetzt nicht mehr mehr über die Barriere drüber. Das ist doch zum... Kotzen, ey. Fuck you, Mann. Fick dich. Geht doch. Und jetzt verrecke ich da wieder. Das ist doch nervig. Aber seht ihr, das meine ich mit Stimmungsschwankungen. Zum Anfang... Noch gut drauf. Kein Problem. Und mittlerweile... Fackt es mich wieder volle Kanne ab. Es hat nicht so lange gehalten, wie es beim letzten Mal war, aber... Das ist mir... Scheißegal. Wieso springe ich da rein? Kann ich nicht einfach jeden Durchgang genau das gleiche machen wie davor? Ne, ich muss immer rumexperimentieren mit Zeugs, was definitiv schief läuft. Boah. Na, das war klar. Wieso habe ich das nicht kommen sehen? Stimmt, weil ich schon wieder was kommt, wenn ich was gemacht habe wie vor. Und das mal davor. Das mal davor. Nein. 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 Boah, passt dran, Miguel. Du bist zu fett, ey. Lass doch einfach los. Bitte. Was ich dir aber auch nicht loswerden kann. Wobei das Paradox wäre, weil wir versuchen dir das ganze Spiel über zu retten. Verflucht seien Sie, Dr. Fetus! Damn you, Fetus! Zahahaha. Ahahaha. Wow. Okay. Okay. Bis dahin ist schon mal alles gut. Okay. Alles gut, alles gut. Oh Gott. Ich habe es geschafft. Die End. Errungenschaft freigeschalten. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein scheiß Ende? Bist du Kackhaufen, Mann? Stinkerboy. Binein. Binein. Scheiße, Mann ist kaputt. Hier zwei. Leute, ihr wisst gar nicht, wie erleichtert ich jetzt bin, dass ich den Scheiß endlich durchhabe. Och nee. Fetus. Team Meat. Okay. Leute, das heißt, wir sind durch. Oh nee. Ah. Das ist eigentlich ein Schornchen. Ich lasse es jetzt einfach nochmal laufen. Ähm. Before and after. Hmhm. Vielleicht lasse ich mich nochmal überreden, doch noch ein bisschen weiter zu spielen. Ich werde ich 100% wahrscheinlich nie schaffen. Aber wenn ihr mich noch ein bisschen verzweifeln sehen wollt. Ach, Brownie lebt noch. Oder auch nicht. Dann dürft ihr das gerne schreiben. Ähm. Ja. Jede Menge Meatballs. Krieg ich das jetzt weg? Nein, ne? Ansonsten wird es von diesem Spiel nie wieder was geben. Aber hey. Skek ist ja... Okay. Skek, also Super Goods & Goose, ist ja immer noch offen. Es gibt den ersten Super Goods & Goose Teil für den Nintendo. Ähm. Oder wir können einen Hack... Also nicht I wanna beat a guy, sondern... Einen Hack... Von... Sowas spielen, was genauso schwer ist. Wenn ihr unbedingt... Das... Sehen... Wollt. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das sehen wollt. Aber... Okay. Oh. Verdammt. Ich hasse dich. Halt. Okay. Ach nein. Jetzt haben sie es genau andersrum gemacht. Ohohoho. Okay. Gott, man. Ohohohoho. Das kenne ich von Emero gar nicht. Das ist scheiße. Ist das neu? Oh, jetzt darf ich mit Pastrami-Girl spielen. Er wollte mir doch nicht erzählen, dass das ein Pflastermädchen ist. Guckt euch mal das an, was die... Pflaster hinterlassen nie so ein Ding. Das ist... Alter, ist die schnell. Das ist definitiv... Wow. Okay. Okay, jetzt geht mein Rechner voll ins Down. Ähm. Das ist definitiv Pastrami-Mädchen. Eindeutig. Alter, fick dich. Boah. Okay, es ruckelt zu stark. Ähm. Okay, wir probieren es nochmal. Okay. Ich glaube, das ist für mich unspielbar. Vielleicht... Kann ich hier nicht irgendwo... Einstellungen... Äh... Nee. Nee. Okay, jetzt sind zu viele Räder, wo es sich drehen. Alter, ich kann so nicht spielen, wenn ich da... Wenn das so ruckelt. Ich bin aber auch bescheuert, ey. Oder ich sollte einfach mit weniger... Ding aufnehmen. Okay, dann muss ich direkt an die Wand springen. Boah. Warum hast mich das Spiel so... Hatte ich es nicht gesagt, dass das Spiel, nachdem ich es durch habe, sagt... Nö. Nö. Du musst erst noch mit Pastramigirl nochmal... Äh... Äh... 20 Level machen. Die auch fucking scheiße schwer sind. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Sonst... Sonst... Äh... Nö. Ha! 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 A plus B. Bitch! Hääääääää! Oh! Hääää! Oh, Gott! Nein! Ich muss hier voll aufpassen, dass ich nicht... Okay, ich sollte hier direkt runter. okay das war level nummer zwei ja ihr könnt mich mal kreuzweise am arsch lecken oh ja ihr dürft das das kann ich mich da durchkommen soll man zu viele sägen überall und überall wo auch nicht was ich verstehe es auch nicht alter 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 ich weiß gar nicht wo ich springen darf und wo nicht jetzt oder auch nicht jetzt nein moment jetzt nein aber jetzt nein auch blöde idee ich könnte aber nein vielleicht hier so nein da hätte ich springen müssen aber ich glaube ich hab's raus oder auch nicht na gut da hätte ich hätte ich da schneller sein müssen aber so komme ich zumindest hier mal gut durch kann ich nämlich abwarten und dann darüber zu kommen oh nein okay da war ich zu lang dran oh komm ich weiß gar nicht wie ich das machen soll auf zeit oder wie wie man das einer das machen wollen würde das machen wollen sollen du sollte ich muss doch einen schnelleren weg geben ich kann doch jetzt nicht warten bis das dämliche ding da kommt oder doch alter wie ich das spiel hasse dafür dass es mich voll trollt grad also ich hab's noch gesagt dass das spiel sagt nö du darfst jetzt nicht sagen du hast es durchgespielt weil da na du sollst doch einfach an der wand stehen weil da kommt noch mehr level danach und danach kommen und nochmal welche warte ab wir sind richtig assi nein oh ich war fast durch man bitte bitte warte ab oh geh doch nach unten man okay das ist nur halb so schwer wie es eigentlich aussieht wenn man kann dadurch dass man sich da dagegen stellen kann und da sicher ist kann man da eigentlich relativ gut unbeschadet durch und sogar mit ablust ich muss es nie wieder machen ja fickt euch doch hä wie soll ich denn das machen oh nee ey oh doch bis der scheiß oben ist doch bis der scheiß oben ist wuhu so dumm ist ich könnte ja auch sagen ey ich spiel mal schovi ich mag mit ner frau nicht spielen nein ich mach da dann nochmal lieber langsam scheiß auf ablos aber ich sollte jetzt dann doch durch los was erzählen nein wow nein was ich muss den scheiß jetzt immer und immer wieder machen wo wo wie dämlich ein paar zillen ey ah perfekt sehr geil was was ach du meine güte da muss ich ja perfekt spielen können und ich und da mu- ja super moment okay das kann wirklich lustig werden ach komm ey nein nein oh hei, 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 hei wuss okay, dann muss ich mich da durchpusten lassen aber am besten auch noch durch treffen Treffen? Hä? Da komme ich so natürlich nicht durch. Okay, da ruckelt es schon wieder. Hallo. Framerate, danke. Scheißspiel. Boah, nur so ein bisschen hochpusten, tut's denn. Ah, nein! Wow. Nein! Okay, jetzt ist das Schwierige nicht mehr da durchtreffen. Wobei doch das Schwierige ist, da hochkommen. Auf der Seite. Ha! Oder auch nicht. Ah! Puh. Welches Level sind wir denn? 7, 8. Na super. Okay. Äh, ich muss da rein, oder was? Boah. Leck mich. Oh, komm, ey. Gott im Himmel. Ich muss schneller sein, weil... Da sind wir uns wieder so ein dämlichen Block. Mit dem Weg versperrt, Mann. Boah, ey. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal das Schwerste an dem Level. Nein! Ach, Mann! Heiland Sacrifice nochmal! Okay, das war saublöd. Das war noch viel blöder. Ah, das erst recht, aber... Wir sind ja von mir nichts anderes quänt. So. Wow. Nein! Nein! Ihr wollt mich verarschen, Mann. Ihr wollt mich echt verarschen. Das könnt ihr mittlerweile ganz gut, ey. Präzision. 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 Ach, fuck. Lande doch auf dem scheiß Ding, ey. Und rüber. Danke. Ach, ja. Ja, ja. Boah, ey. Das Level... Ey, das Level ist echt das beschissenste überhaupt. Mann, ey. So, ich muss jetzt einmal... Okay. Scheißt auf... Die... Davon gibt's wahrscheinlich auch noch... Das war blöd. Äh, ich bin Rang 14469. Äh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ja, und es gibt noch eine Dark World. Wollen wir da... Auch mal reinschauen. Geht jetzt wieder komplett andere Level, die Dark World. Und die Level sagen... Noch mehr... Fick dich! Einfach nur so. Weil ich grad Bock drauf hab. Hopp. Und hopp. Und hopp. Okay, das war jetzt... Äh, richtig gut, ehrlich gesagt. Ich glaub, da wär ich ohne... Den Ruckler jetzt nie durchgekommen. Ja, natürlich. Okay. Nichts klar. Oh. Nein. Ich würde gerne... Grad nochmal... In die erste Welt. Weil ich... Einfach, weil ich jetzt Bock drauf hab. Einfach, weil ich jetzt Bock drauf hab. So. Es gibt nämlich einmal dieses hier. Ich will nur... Äh... Zeigen. Ich habe dieses Level abgeschlossen. Erfolgreich. Wenn's denn lädt. Okay, es tut's nicht. Dann mach ich jetzt hier Schluss. Das Spiel sagt mir wahrscheinlich... Komm, lass es... Lass bleiben. Wir sehen uns dann... Irgendwann mal wieder. Ja, wir sehen uns dann. Vielen Dank.